Herzlich willkommen zur neuen Aktionspaket bzw. Set Extension im Keepersport Online Shop. Du hast nun die Möglichkeit, dir individuelle Aktionspakete bzw. Sets selbstständig zusammenzustellen. Hier die erste Übersicht der neuen Seite. In Slot 1 per Mausklick links oder rechts die diversen Produkte durchsliden, per Drag & Drop den Slot befüllen. Du siehst hier schon die Auswahl, anschließend die einzelnen Größen auswählen und zum nächsten Slot übergehen. Du hast auch die Möglichkeit, den Befüllen-Button, der jetzt gedrückt wird, zu klicken. Auch so erfolgt dasselbe wie per Drag & Drop. Dritten Slot befüllen, Größe auswählen. Somit ist das Paket fertig zusammengestellt. Du kannst dir auch die Detailbilder ansehen bzw. per Maus-Over den hinterlegten Artikel-Text. Sollte eine Auswahl falsch sein, kannst du immer die Auswahl per Drag & Drop oder per Mausklick überschreiben. Konfiguration fertig. Artikel in den Warenkorb legen. Somit hast du dein Aktionspaket fertig zusammengestellt.